Hallihallo meine Lieben, heute gibt es eine Ankündigung. Und zwar bin ich und auch einige andere YouTuber Partner bei Volcrum Games. Volcrum Games ist ein kleines Indie-Entwicklungsteam, was momentan an dem Spiel Doomsday arbeitet. Und genau dieses Spiel geht in die zweite Testphase. Diesen Samstag, den 27.04. um 18 Uhr. Dauern wird die Testphase ungefähr bis 24 Uhr und das Spiel ist so in etwa mit Overwatch zu vergleichen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zur offiziellen Seite, über die ihr das Spiel dann downloaden könnt. Vielleicht könnt ihr euch einfach selber ein Bild darüber machen. Zudem findet ihr dort auch meinen persönlichen Einladungslink. Wenn ihr euch über diesen registriert, bekommt ihr zusätzlich noch 200% mehr Startbonus. Ich freue mich darauf, euch dann zu sehen. Bis dann und Tschüssi!